ARD Text im Auftrag von Funk Jetzt schon nass geworden. Die Füße stehen im Wasser. Ja, aber nur hinten. Typisch Internet. Die Rimme ist ganz schön breit. Ja. Sie sehen. Sie sehen. Begegnet ihr die Tag lang an. Sie sehen. Entschuldigung. es schwappt immer noch eine richtige Welle rein aber die weiche ist ja nicht genug in der Nähe des Wachstums ist es so schön in der Nähe des Wachstums und die Wachstums in der Nähe des Wachstums oh ja, genial, die großen Drops sind nie die so nassen ne, war gut, also die, vorsicht, da kinkt es nochmal jetzt boah, die Tasche ist richtig hoch geflogen gerade, hast du gesehen? ja